Hallo Leute und herzlich willkommen zu neuen Vergefunden. Patalins, Hi! Heute spielen wir Cassie. Ich hab herausgefunden, dass ich sie noch nie gespielt hab auf YouTube. Daher tu das hier mal. Mhhh... Ich muss noch ein bisschen mitnehmen. Dort kann ich nicht sehr gut. Das hab ich keine dobe Idee. Im Puls ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Die sind alle gar nicht mal so schlecht. Nehmen wir einen Puls mit. Und hat natürlich Cooldown Reduction. So, okay. Also wir spielen hier... Ich bin einfach gestern im Modus. Wir spielen im Modus. So, okay. Ist das King of the Hell, oder? Ja, ist King of the Hell, genau. Okay. Was euch laufen wird, ist mein Bestes. Falls ihr irgendwelche Wünsche habt, welchen... Ach man, das Kind kam nicht durch. Ich hab mich nicht angesetzt. Aber ich hab mir ein Herz und das Kind. Aber gut, den werden wir später sehen. Falls ihr irgendwelche Wünsche habt, welchen Champion ich jetzt nicht speziell. Gerne in die Kommentare schreiben. Oh. Wow. Ich geh da gerne mit auf eure Wünsche ein. Ich treff ja nicht gut. Äh... So, da bist du. Ich hab getroffen. Ähm... Oh Gott. Das ist ja wirklich etwas schlimm. Boah, ich hab einfach gar nicht. Warte, kann ich dich da hinten treffen? Ja, so genau... Ah, genau Waffen sind nicht meins. Ich muss näher rangehen, um wirklich was erreichen zu können. Out. Oh, das war perfekt getroffen. Wow. So. Oh mein Gott. Ich treff gar nichts. Das ist immer traurig. Hinter mir ist jemand. Was denn? Okay. Stirb gerade einfach. Aus irgendwelchen Gründen. Okay. Gehen wir kurz näher ran und probieren den Typen zu kennen. Okay. Ist gestorben. Oh, wow. Endlich. Da könnte er mich endlich noch bekommen. Oh Gott. Mein Aim ist halt noch nicht das beste. Oh, stimmt. Das ist unsichtbar. Mein Aim ist gar nicht das beste. Das kommt schon noch. Das war noch unnötige Gold. Das war sehr unnötige Gold. Wow. Äh... War gut. Schade. So. Ich geh mal kurz hinten entlang. Probier da irgendwie an hier ranzukommen. Ist doch da gerade ein bisschen rüber zu kommen. So. Ja, er ist also einiges schneller gewesen. Ich bin doch getroffen. Sehr cool. Was ist das mitgenommen? Oh, warte. Du bist... Damit ist er down. Abbekommen. Wo ist der Punkt? Der Punkt ist da... Okay, da muss man schnell hin zum Punkt drüber. Ich weiß gar nicht. Okay. Ähm... Ich hab... Ult. Ult mir kurz. Oh, lol. Tschüssi. Oh, schade. Du klausst das gerade, weil er ernsthaft? Okay, das war nicht gut. Das war auch nicht gut von dir. Ähm, größer auf dem Punkt sind. Ich treffe nicht. Ich geh mal näher ran. Ob das vielleicht mal das Beste ist mit ihr. So. Ah, okay. Das ist nicht gut. Sehr schön. Was nachladen. Um irgendwas erreichen zu können. Wo bist du da? Das ist schön. Wo ist er noch? Wir müssen nach vorne rein, bitte. Dankeschön. Okay, das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Weifen wir kurz aus. Schade. Schieß mir dich kurz an. Wo ist der nächste Punkt? Oh, wow. Okay, können wir... Wieso... Wieso willst du ihn mal rein? Das verstehe ich nicht ganz. Okay, das ist jetzt dauernd. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Kann er noch kurz bekommen? Gib mir kurz. Schade, hab ich nicht gerade gerettet. Gib uns aus. Nein, danke. Den Schaden möchte ich nicht abbekommen. Okay, langsam wird's. Langsam wird's. Äh... So. Ey! Ey! Hilfe! Hilfe! Was ist da hin? Da ist gestorben auf dem Punkt. Aus irgendwelchen Gründen. Niemand ist auf dem Punkt gewesen. Oookay. Oh, hi. Unangenehm. Wo kommst du her? Da, okay. Da müssen wir... Da weich mal kurz aus. Ist auf dem Punkt. Ich bin kurz an der Seite. Oh Gott. Treffen ist mal wieder das Richtige. Sehr schön. Nein. Ich dachte gerade schon, wenn der jetzt überleben würde. Ich bin kurz hier entlang. Oh nein. Oh, hinter mir war eine... Unangenehm. Aber langsam wird's ein bisschen auslösen. Wir kehren hier mit. Ähm... Und schnell nachladen ist wichtig. Was ist das noch? Punkt, oder? Eher eine gute Idee. Was ist das genau? Ha, Leute. Warten wir kurz... näher ran zu kommen. Wird ich angeschlossen? Ich weiß es nicht. So. Okay. Ich lebe noch. Aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht wie. Ich lebe noch. Warten wir kurz, wieviel geheilt werde. Okay. Warten wir kurz hinten. Und halten die von ab und näher ran zu kommen. Okay. Das gefällt mir nicht. Danke für die Heilung. Sehr schön. Nehmen wir dich mit. Okay. Langsam wird's. Langsam treffe ich auch. Langsam wird's gut. Okay. Dass ich das getroffen habe, ist crazy. Wo ist der Punkt da hinten? Ach, Manu. Warten wir noch mal kurz. Das treffe ich nicht. Da bin ich... Da ist nicht gut. Oh, wow. Hätte ich da wenigstens 2-3 Schüsse noch getroffen, hätte ich gekillt. Aber... Das war gerade keine gute Bilanz. Ähm... Hätte ich da jetzt in ihrer Öl ist. Ich kann mir den Punkt vielleicht verteidigen. Aber... Leer hat sie den nicht. Leer hat sie den nicht. Wo wurde ich angeschossen? Respektlos. Oh, wow. Das war... Sehr viel Schaden. Warten wir kurz. Der Punkt ist nicht für uns gerade. Kann ich heilt werden? Oh, wow. Ich muss mich selber heilen, so wie es aussieht. So. Okay. Irgendwo? Oh, die Bomben. Ich hasse dich. Ah, Dredge ist schon übertrieben krass. Nerve. Ich muss schauen, wie Bettelabomb da wird. Oh, da hat sie mich noch... Okay, in der Luft getroffen leider. Oder in der Rolle. Und dafür konnten wir den Tank killen. Und dafür hoffen wir bis auf den Punkt bleiben. Wo ist der nächste Punkt? Oh, ist einfach alle gestorben. Okay, können wir bis auf den nächsten Punkt spawnen? Da hinten ist der. Okay. Gehen wir da einfach mal schnell hin. Probieren, das irgendwie zu bekommen. Ich weiss mal hinten aus. Oh Gott, die sind... Zu allen drauf. Ich sehe schon. Okay. Das ist sehr schmerzhaft. Warten wir mal kurz. Okay, Tank ist tot. Das heißt, wir hätten eine Chance. So ein bisschen jedenfalls. Okay, scheinbar doch nicht so viel, wie ich dachte. Weil einfach die Restlichen uns alle noch gekehrt haben. Wir müssen dredgelos werden. Sieht nicht so schön für uns aus. Brudi. Okay. Lassen wir den Quatsch mal. Okay. Schön, dass es an E-Explode mich dann auch mitgeht. Oh, Mann. Ja, das ist halt... Das genaue Treffen ist nie wirklich meins. Wie ist das LRFK? Kannst du bitte... Was machst du da? Achso, er heiz sich. Okay. Ich dachte gerade schon. Oh, Mann. Das sind so blöde Punkte, wo einfach der... Äh... Hier, wer heißt der? Wo ist die... Äh, okay, der Mond ist jetzt da hinten. Ich geh mal zum Punkt. Wir müssen uns beiden zu wenigstens etwas bekommen hier gerade. So. Reik mit dir! Wenn ich's treffen würde, würde ich ja wirklich viel Schaden machen. So, das Problem. Danke für das Schild. Da kurz drauf stehen. So, aua. Wo ist sie genau? Da hinten ist sie. Oh, das ist unangenehm. Geh mal kurz aus. Und ulten. Dankeschön. Wir sind ein bisschen, die anderen haben, die Gegner sind. Ich geh mal außen rum. Oder oben zu ihm. Um mich vielleicht zu willkommen. Vielleicht kann ich ihn davon abhalten. Da es uns also kehren wird. Tschüssi. Tschüssi. Sehr schön. Etwas wenigstens. Okay. Sehr schön. Das ist da hinten wieder. Wir haben den Punkt wenigstens. Das ist ein Punkt. Ich geh mal nach oben. Oh nein. Ich entscheide mich dagegen, Michael Watch to challengen, um ehrlich zu sein. Nächster Punkt ist da hinten. So. Bevor der Gegner ihn bekommt. Oh, kack. Ist ein Problem für uns. Ein riesiges Problem. Ahm. Angkor kann einfach runtergehen und wieder seine blöde Taktik mit der, mit dem Schild machen. Deswegen einfach hierbleiben. Einfach drauf achten, wo der Gegner ist und ein Wechsel über uns oder? Aber wenn die schon über uns ist, ist es ein Problem. Ok tank ist tot Ok Auch weg Nächster Ich hasse dich wirklich für mir ist so ein dummer charakter dass diese eine fähigkeit 1000 schaden macht ist Wirklich sehr dreist wir haben gewonnen einfach schon dadurch dass ich gut helfen könnte Sehr cool das war so eine sehr ausgeglichene runde würde ich sagen also sehr ausgeglichene runde Wenn ich noch gestorben bin war wirklich doof 17 7 17 ja lässt sich doch sehen 113.000 schaden gemacht am meisten aus meinem team am meisten aus der ganze runde sehr cool Obwohl ich so schlecht getroffen habe einfach mehr objective teilen als der tank Ha schmerzhaft gut gut dann sehen wir uns gleich in der nächsten runde wieder bis durch Ok dann sind wir jetzt hier in der nächsten runde drin Schaffen das war mit der rolle Also ich weiß nicht das treffend ist auch schwer Das ist schon mal cooler die die schüsse Der bell hat schon begonnen junge dame so lügst Und es ruckelt Was man so gar nicht gefällt wie so ruckelt das ganze ist voll unnötig Sehr schön Die 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 double kill sehr cool war das worten damit gewinnt Was hat der was ging der ab Interessant jetzt herunter schmeißen kann ich das getroffen So gut gut mal schauen ob wir jetzt noch mal gewinnen werden Sieht jedenfalls gut aus aber ich will jetzt nichts Ich weiß noch nichts vorberufe Ich 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 ihr kennt meinen pech nach so mir kennt meinen pech nach Oh Gott wir sollten dem hinten helfen Oh Ja gut da waren zwei leute Kann er slow mit angriffen? Ich weiß es nicht Hat mich jedenfalls sehr gesloat gefühlt Oder einfach sehr schnell sehr tot Ich wusste gar nicht dass wir keinen lecks haben um ehrlich zu sein Ich muss mich noch kurz verstecken bevor ich sterbe hier Okay der Tiberius nervt mich aber hart So was geht bei dir ab 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 Okay Anyways Verwirrend Oh look Sehr schön lass mich den ganz schnell bitte kurz Oh nein Oh nein Okay 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 ja gut Ach das hat mich gesloat ich verstehe sein schwert hat mich gesloat Hilfe Von beiden seiten von allen seiten um uns herum das war nicht schön Nehmen wir nochmal Kronos wieder mit So Okay Das war gerade das traurigste was ich jemals in meinem Leben gesehen habe um ehrlich zu sein Das ich den da nicht einfach treffen konnte ist wirklich wirklich traurig Ich hätte die ganze Zeit meine Q nicht ab und wow Oh Gott Bin so tot Bin so tot Bin so tot Oh ich hätte nichts mitnehmen sollen wofür ich wenigstens was Wofür ich was treffen sollte Was treffen muss Ich glaube ich geh mal hier hinten entlang und probier doch mal was zu machen Oh man der Anfang war so cool Sehr schön Ein bisschen Rache ist schön Oh nein 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 bitte bitte Oh mein Gott Ich muss den noch bekommen haben Ich bin sehr erfreut Ich bin sehr erfreut Sie sind überlebt ihr Leben wtf Sehr schön Schon Angst Okay der fahre ich mir kurz aus wenn hoffentlich Oh, oh natürlich ist das hinter mir Ach man, oh Tachen wir immer hinter mir auf So, dann wir schon nach Back mit dir Mein Aim ist nicht so schlecht, wie ich manchmal denke, um ehrlich zu sein Oh wow, da, was, was? Achso, die Pistole hat mich am Head Okay, wir müssen noch zwei Kills machen, dann haben wir es geschafft Okay, wir haben noch gewonnen Das war sehr close Ich muss zugeben, dass ich gerade teilweise Momente, in denen ich wirklich wollen würde, dass ich einfach im Boden versinke Aber Da waren auch Momente dabei, wo ich dachte, jo Da habe ich sehr gut getroffen und sehr viel Schaden gemacht Freut mich Das war sehr cool teilweise Na gut Dann 35.000 Schaden Am meisten beim Team Am dritten meisten aus der ganzen Runde Es geht doch sogar, es geht doch sogar Gut, dann Falls ihr irgendwelche Wünsche habt, welchen Champion ich als nächstes spielen soll Könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben Lasst gerne ein Like, abonniert Falls ihr es noch nicht habt Schaut euch gerne mal eines der anderen Videos an, die ich hier hochlade Könnt ihr mir hier irgendwo verlinkt und so weiter Ansonsten pass euch auf Und bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Tschüss